Er hat der andere In der Palace, in der See Ähm, pack mal Besserenhahneschlangen Bitte? Pack mal Besseren Haneschlangen. Siebenerhane Bessere Brustplatte Auf... auf Aprove-süch Sag wenn du willst nicht Jetzt schickt er mir ne F. Willkommen zum neuen Video und da sich so viele Leute gewünscht haben, hey, mach doch mal wieder CW, werde ich jetzt hier erstmal ein CW-Highlight-Video bringen und es wird auch, ich sag mal, ein altes Format wieder geben, also ich werde auch wieder CW-Clips bringen jetzt in Zukunft und ja, es wird jetzt auch wieder CW-Highlights geben, das heißt, ich werde jetzt auch Bad Wars und CW-BB-Kanal wieder eher gemischt machen und nicht auch komplett auf Bad Wars umsteigen, ich werde jetzt wieder langsam in die CW-BB-Szene reingehen und ja, wir können ja erstmal den ersten, oder den Gewinner, sag ich mal, des in Klammern Gewinnspiels auslosen und dann machen wir random Gewinner, es haben wieder 536 Leute, sag ich mal, teilgenommen, beenden ich auch gleich auf Gomme, wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass, und falls irgendjemand Tag so mit, du bist im Klammern, das ist nur wegen der Verwagtenlogie hier, das ist halt einfach, ich will meine FL nicht privat halten, aber da viele wirklich in die FL wollen, habe ich das so gemacht, dass es auch ein bisschen besonderer ist, sag ich mal, wenn nur insgesamt 30 Leute in der FL sind und ja, was ihr dazu tun müsst, ist ja einfach nur unter das Video zu kommentieren und ich schätze mal, dass Lucky jetzt auch einer von den Leuten ist, wir gehen da immer auf die Panels, ja, der hier in seiner Subscription-Box hat, deswegen, ich will ja insgesamt nur 30 Leute erstmal in der FL und das nachher austauschen, sollten das halt schon Leute aus der Community sein, deswegen, ja, was ihr dafür tun müsst, jetzt einfach unter dieses Video auch in Ingame-Namen rein kommentieren und ihr solltet natürlich eigentlich auch übernimmt sein, weil ich will nur 30 Leute in der FL erstmal und das halt immer noch ein bisschen besonders machen und das sind immer, sag ich mal, 30 neue und damit es halt auch was besonderes ist, in der FL zu sein und das soll dann halt auch meine Community, ja, ziemlich viel gelabert wieder, wieder mal zwei Minuten, diese scheiß Pre-Intro hingezogen, ich schaff das nie, dieses Pre-Intro einfach schnell zu machen, aber ja, viel Spaß jetzt bei den CWBW-Highlights. Ja, danke, Benz. Ja, ich hab keine Picke. Danke dafür. Wie viel soll ich nochmal nehmen? Äh, 25. Gut. Ja, wenn du's dann änderst doch. Ja, das ist halt weg, man. Wenn wir sauf sind lachen, du sollst ordentlich spielen, du. Äh, änderst doch einfach, wenn's wenig ist. Ehr, du musst einfach nur öfter spielen, ja. Weniger Fortnite, nimmst du weh. Weniger Fortnite, ich hab' auch noch nicht Fortnite gezockt, jetzt die erste Hunde nehmen. Amnesia aus Minus, Elo raus sollen. Let's go. Oh Gott, übermessende. Ep. Okay. Dem ist, ist da und. Ah, ich wäre da gewesen. Ich hab' ja schon gefallen. Da ist dann erstmal... auf. ... Jetzt stimmst er mich an! Hey, kann ich kurz rein? Ist doch egal. Nein, weil ich's ingame dann rauskomme. Jetzt werf deine scheiß EP und... Warte, ich muss, ich muss auskundziehen. Du hast stärke EP... Hallo. Zurzeit ist kein... ...porter... ...zug... Hör aufzukommen, ich seh das auf diesem zweiten Bildschirm, Alter! Easy! Sie? Nein! Oh Gott! Ja, wow! Nee, er hat eine G gemacht. Hey, Storm! Nicht doch Storm! Warte, wo ist... ...unter Ist ein Mal. Der schießt Leitern! Ja, hm! Ahauh! Sie wollen jetzt die Werbe brechen, meine Freunde! Das man nicht machen! солt auf den... ...oder... ...der beamst du ihn! Da dauern! Sind noch weg? Ich hab auch schon Betten abgebaut, ja? Das war nur ruhig gedehend. Schön. Ich hab auch schon mit der Oddball-Kraveen gekämpft, ne? Warst du schon in Neverland? Da unten ist einer, da unten ist einer. Ja, ich meine, wer muss das? Oh, warum bin ich da? Glaube ich. Ja, jetzt beginnt der Intense zum Weg gegen den Helga-Clan, der im Chat komplett provoziert. Und das war nicht das erste Mal. Und zwar gibt's auch Darius Kanal. Hat er auch vor ein, zwei Tagen oder so auch mit CW gegen diesen Clan hochgeladen. Und da haben sie wohl anscheinend genauso provoziert. Keine Ahnung, da hab ich mitgespielt. Aber falls euch das Thema etwas interessiert, wie dieser Clan rein provoziert, könnt ihr auch gerne bei Dario nochmal vorbeigucken. Das Video angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Denn dort sollen sie anscheinend genauso rein provoziert haben, wie jetzt hier nochmal. Oh mein. Oh mein. Oh mein Gott. Wär ich geliebt. Oh mein Gott, nein. Das wird zu geil. Ich sitze meine Mutter. Guck mal, guck. Dario guck den Gegner, guck den Gegner an. Oh nein. Und ich würde euch empfehlen, mal ein bisschen auf den Chat zu achten in dieser Runde. Was das wirklich für Leute sind, die sie hacken rein und fühlen sich dann auch noch provozieren. Und... Ah, Leute. Ne, also ich würde euch empfehlen, einfach mal diesen CW so ein bisschen unten links im Chat zu achten. Ich glaube es mal ein Gegner von denen. Ich glaube es mal ein Gegner von denen. Ich glaube die waren eher 10s gestern. Ist das nicht einer von denen? Ah, bitte. Nein! Dario hat er dich auch outplayed? Nein, ihr seid gerade runtergelaufen. Ich mach mal das hier nicht mit rein, wo sie permanent Werbung für Twitter und YouTube Account machen. Ich hab's geschafft. Boom. Ah, ich dacht. Hast du Essen da? Glocken sind richtig schlecht. Habe ich gut gemacht? Habe ich gut gemacht? Danke, Gomme. Mann, Gomme, ne? Alter. Nur weil ich zu blöd bin, bis 17 zu zählen, ist Gomme wieder alles schön. Achtung, Emoji. Jungs, guck dir den Knockback an. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ist jemand in der, äh, der in Baseball ist einfach nicht. Wo ist der andere? Stavieren und schreiben kann. Ich hab's einfach gewungert. Das ist dann. Was? Er schreibt wieder, Komma. Was? Noch zwei noch. Ja, auf jeden Fall nicht. Ich hab eins auch geblockt. Und das andere ist oben. Wir haben, wir haben eins. Nice, wir haben beide geblockt. Die haben immer noch. Die haben noch eins. Alter, was geht ab bei denen? Unten. Der andere hört. I'm at an all the time. Ten. Hat nichts. Ich hab nichts. Na, Peile ist in der C. Das? Äh, pack mal. All den, lass uns ein bisschen. Besseren Hanischrank. Bitte? Pack mal besseren Hanischrank. Siebener Hanisch. Bessere Brustplatte. Okay. Ist drin. Auf, auf Aprobe such. Sag mir, du willst. Ich bin jetzt ein Sponsor. Kannst du Eisen verstärken noch? Wie viel Gold habt ihr noch? Ah, also. Ich hab drei mehr mit dran. Drei. Ihr seid halt einfach besser und dann soll ich auf meine Wortwahl achten? Fragezeichen. Soll ich auf Goldabfüll rein tun? Ja, tu rein. Okay. Auf eins. Ist halt ganz klar aufwahl, ne? Hä? Okay. Ihr müsst, wir vertrauen die jetzt, mein Freund, ne? Ja, ich kann ihn noch nicht werfen, also ich hab doch zwei, drei, zwei. Ich bin noch warten. Na, was sagen? Äh, hat das alles gegeben? Brauchst du noch ne Rettungsverspons? Ich schwöre, die sind zwei. Die sind schon eins und fünf. Ja, 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 schön. Und drin. Aber wir haben halt jetzt keinen Bau. Soll ich, ich mach einfach einen neuen Bau, okay? Jetzt schlau, schlau sie bei mir. Ich bin Götzen, hab beide da. Oh Gott. Geht der? Aha! Jetzt schickt er mir ne F. Aha. Wir haben auch alle von denen, Fran, äh, Dings geschickt. Ey, wir sind nur zu zweiter, Bovis. Ja und? Schön Wermit. Oh mein Gott! 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 Egal! Jürgen, du hast uns so den Arsch gerettet. Ich bin so den Arsch gerettet. Du hast uns so den Arsch gerettet. Du hast uns so den Arsch gerettet. Du hast uns so den Arsch gerettet. Ich wusste die ganze Zeit, dass wir es schaffen würden. Dario, Dario. 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 Du hast ours ist krass. Du hast kein Web. Du hast einen Web. Hey! Wollen wir Freunde werden? Kannst du ihn stehen lassen? Bitte lassen! Joooo. Ja! Ja! Ich habe ihn. Ihm genau. Danke Remis, danke. Dario. Bitteschön. Das hätte ich jetzt gesagt nicht mehr haben. Ja, also ob nccps doch von denen war. nccps doch besucht. Ich so warum wollte ich. Ja, weil du bad bist. Da hast du mit auf jeden Fall viel zu tun. Ernstnehmbar, oder? Wir gehen nicht auf deren TSTD, die DDoS. Ja, ist halt so. Junge Memes, ne? Beleidet werden uns grad alle die Memes, alter.